So, was man nicht alles macht hier, was man nicht alles macht für die Roller-Klasse, für die Roller-Klasse. Aber man muss sich ja vorbereiten nachs Alter. Also am Busen, an meinem Busen werden die Geschirr gewärmt. Ich brauche nur ein Zeitmesser. Ich bin abhängig von Technik. Abhängig von Technik bin ich Mädels, man kann es nicht vorstellen. So, schon bis heiß. Das wird aber schon schön schnaufen. Ach Leute, aufsteigen. Berlis, was ich für euch habe hier. Ja. Ora. Jetzt muss ich mal nur. So, komm. Die Leine sind schon 20 Jahre, glaube ich. So, die Schwarze auf jeden Fall. So, die Hunde lehnt. Schönlein Auto. Bleib. Bleib. Aufpassen. Steh, steh, hey! 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 Oh, fein. Da ist was gerissen. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Komm her. Das ist eben Rollerklasse. Da kann schon mal was vorkommen. Vorsicht! Das ist unglaublich. Was ein Schmarrn, ne? Hey, ihr Süßen. Ganz toll gemacht. So, komm, Passer, auf hier. Westina. Was man nicht alles so erlebt im Training, oder? Als 30-jähriger erfahrener Mascher hat man alles im Griff, oder? Man hat einfach alles im Griff hier. Kann einem nur noch Sibirien erschrecken und schocken. Wenn jetzt Sibirien auftauchen würden, wäre ich fertig. So, komm her, komm, stellt euch ordentlich hin. Ihr seid ordentliche Hunde. Ordentliche Hunde müssen sich sauber hinstellen. Schönstehen. Aufpassen. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Jetzt hat es zu dreig gekostet. Okay. Schie. Schie. Okay. Oh, fine. Okay. Oh, fine. Oh, nee. Oh, nee. Threw it ahead Threw it ahead Oh, ist so fein, ja Okay Oh, fein Ho, ho, ho Okay Oh, fein, pull it, pull it Ho, ho, ho Okay Ah, ist so fein, ja Okay Chi, chi, chi Okay Ja, okay Oh, ist so fein Oh, ja So, sind sie fein So, bei 30 km ab Ja, ist so recht Mehr können die im Moment nicht laufen Die 2 Links Es sind alles 250, ja Aber mehr ist da im Moment nicht drin Okay Okay Steh Ganz toll gemacht Das waren auch 6 Minuten, ja Komm her, süß, ja So, am touch Da Und Und Auf Der Mehr Schlorig! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020